Dennis Aogor ist bei uns, den ich zu Beginn gerne fragen würde. Dennis, haben Sie in Ihrer Kindheit, im Aufwachsen, in Karlsruhe, so etwas wie Alltagsrassismus ist dann immer so das Wort, das man benutzt. Haben Sie das erlebt? Und wo? An welchen Stellen? Definitiv ja, aber man unterhält sich ja auch viel mit Kollegen, die ähnlich aufgewachsen sind. Und es gibt, glaube ich, keiner, der ihn nicht erlebt hat. Das sind ganz banale Dinge, Beleidigungen wie Mornkopf, wie, du siehst aus wie ein Affe oder macht dann Affengeräusche oder, keine Ahnung, geht zurück, wo ihr herkommt. Und das sind so die Standardsätze, die man eben so mitkriegt, wenn man... Was haben Sie dann geantwortet? Wie wächst man auf mit diesem Gefühl? Kann man darüber weggehen? Kinder sind ja komplett verurteilsfrei. Aber in dem Moment wird dir natürlich ein Unterschied bewusst oder ein vermeintlicher Unterschied in deinem Denken gepflanzt. Das ist ja der Punkt. Also ich bin ehrlich, ich kann gar nicht mehr so richtig in mein emotionales Empfinden zurückgehen, was da in dem Moment in mir vorging. Das perlt also. Aber man versucht sich natürlich schon so ein Fell aufzubauen und geht dann auf Gegenangriff so ein bisschen. Man versucht das irgendwie zu kaschieren mit Aggressivität, mit Gegenbeleidigungen. Dann sucht irgendwie Dinge an dem Gegenüber, die vielleicht auch nicht optimal sind, um dann dagegen vorzugehen. Das ist so der Schutz, den man eigentlich meistens einnimmt. Und ich hatte das Glück, dass ich in einer großen Familie groß geworden bin. Das heißt, wir haben uns auch intern so ein bisschen geschützt und waren dann wir gegen die. Und ja, das sind so die... Oder bauen sich Fronten auf, ja? Auf jeden Fall. Hat, wir das gerade im Video auch gesehen haben, wie der Vater das kleine Mädchen darauf vorbereitet. Hat Ihr Vater mit Ihnen darüber diskutiert? Nicht wirklich. Aber wenn ich das sehe, also mir kamen da fast die Tränen, weil ich natürlich jetzt eine Tochter habe, die drei Jahre alt ist. Ja, das ist hart. Als Vater kann man das schlecht ertragen. Unglaublich. Also ich war auch sehr viel in Amerika im Urlaub. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre damals, und das wäre ja durchaus einfach möglich gewesen, in eine Polizeikontrolle gekommen wäre. Also es ist unfassbar. Es ist unvorstellbar. Da hätte vor allem auch keiner gewusst, wer Sie sind. So ist es. Und das ist eben aus meiner Erfahrung oft so. Ich meine, ich bin ja, oder als Sportleister, man ja in der sogenannten Blase, man wird von allen bevorzugt, die einen kennen. Die wollen alle mit allem was zu tun haben. Es kommt erst dann zum Tragen, wenn man Menschen trifft, die einen nicht kennen. Und dann sieht man oftmals das wahre Gesicht oder die wahre... Das heißt, über welche Situation reden wir da? Naja, auch ganz banale Dinge. Wenn ich in eine Boutique gehe zum Beispiel. Wenn ich in eine Luxusboutique gehe und ich bin nicht so angezogen generell, wie der Verkäufer das in seinem Kopf so hat. Ich hatte erst vor zwei Monaten oder vor einem Monat in einem Autohaus, wo ich reingekommen bin. Kurze Hose, war sehr warm. Und der Verkäufer hat mich eigentlich fast des Ladens verwiesen, weil ich eben nicht in sein Schema reingepasst habe. Und das sind für mich Dinge, die ich ganz klar auch auf das Äußere zurückführe. Hat das was mit der kurzen Hose zu tun oder mit Ihrer Hautfarbe? Ich bin ganz sicher mit meiner Hautfarbe. Weil das eben nicht in das Schema F passt von dem Gegenüber. Und normalerweise kamen da, also waren sehr viele Luxusautos, normalerweise kommen da andere Kunden rein. Und das Bild, was ich in dem Moment abgegeben habe, hat nicht gepasst. Wie heißt das Restaurant, wenn Sie Reservierungen, wenn man einfach spontan ins Restaurant geht zum Beispiel? Das Interessante ist ja, meine Frau ist weiß, wie man ja gerade in den Bildern gesehen hat. Und die Menschen, die das nicht so kennen, die nicht so aufgewachsen sind, die sagen immer, ja, manchmal neigt ihr vielleicht auch ein bisschen zu übertreiben. Weil sie es nicht kennen, weil sie diese Erfahrung nicht gemacht haben. Und wir haben eine Nanny, die kommt aus Ghana, dunkelhäutig. Und meine Frau hat in den letzten zwei Jahren vor allen Dingen viele Erfahrungen gemacht, als sie mit ihr alleine unterwegs war und eben keiner uns kannte, was es bedeutet, eine andere Hautfarbe zu haben. Und jetzt ist sie so, dass sie auch selber sagt, wow, das hätte ich so vielleicht nicht für möglich gehalten. Beispiel? Sie kam in ein Restaurant, wo wir eigentlich sogar immer alle zusammen hingehen, waren die ohne mich, also meine Tochter, meine Nanny und meine Frau, und wollten eigentlich rein. Und auf einmal werden sie von oben bis unten gefilzt, gucken so. Und dann hieß es auf einmal, Entschuldigung, heute nicht. Und es war kein Sternerestaurant. Also es war wirklich ein ganz normales Restaurant. Und wenn? Ja. Aber ich wollte es nur sagen, aber auch da hatte ich eine andere Erfahrung. Auch da ist es so, dass man ungern gesehen wird als dunkelhäutige Gruppe, sage ich mal, weil dadurch ist ja meine Tochter, ich und meine Nanny ist noch mal was anderes, wie wenn du vielleicht zu zweit irgendwo reinkommst. Das macht noch mal ein anderes Bild. Und umso höher die Qualität des Restaurants, desto schwieriger ist es, das ist zumindest meine Erfahrung, dann da Reservierungen zu bekommen oder auch Plätze zu bekommen, die nicht vielleicht irgendwo ganz in der Ecke sind, wo man einen vielleicht nicht ganz so sofort sieht. Und wahrscheinlich haben Sie dann auch das andere Erlebnis, wenn dann klar wird, wer Sie sind, in der Verkehrskontrolle zum Beispiel. Ganz oft sogar. Ja? Ganz oft. Was passiert dann? Polizeikontrollen hatte ich ganz oft. Und zum Glück ist es ja in Deutschland nicht so, dass man Angst haben muss als Dunkelhäutiger, wenn man kontrolliert wird. Aber... Das ist der fundamentale Unterschied, ne? Also, darf ich mal so offen fragen? Sie sind sich da unsicher? Ich hätte immer sozusagen Stein und Bein auf die deutsche Polizei geschworen, dass sowas da definitiv nicht stattfindet. Was sagen Sie? Ich zitiere noch mal Will Smith. Der sagt, es ist nicht schlimmer geworden, es wird nur gefilmt. Wir haben in Deutschland, also wenn man in die Geschichte schaut, unzählig viele Fälle rassistisch motivierter Polizeigewalt. Manche schaffen es in den Medien und haben auch einen großen Namen bekommen. Ich nenne zum Beispiel Uri Jalloh den Fall, der seit 2005 jetzt 15 Jahre sozusagen in die Geschichte eingeht, 2017 erst unzufrieden sozusagen abgeschlossen wurde mit mehreren Verhandlungen. Es gibt allein in Frankfurt, da wo ich ja herkomme... Uri Jalloh, ganz kurz, das war der Brand in der Zelle? Genau. Ja. Wo dann der diensthabende Leiter dann zu fahrlässiger Tötung mit 10.000 Euro Geldstrafe verurteilt wurde, aber erst viele Jahre später dann ein Brandgutachten eben herausgebracht hat, da muss ein Brandbeschleuniger dabei gewesen sein, beziehungsweise die Unterstützung von Dritten, das hatte die Staatsanwaltschaft Halle damals festgestellt, dann wurde von, nee, nicht Halle, Entschuldigung, Dessau und dann wurde von Dessau nach Halle gegeben und dann wurde dieser Fall 2017 eingestellt. Das ist jetzt ein sehr prominenter Fall. Genau, und da reden wir von der Justiz, ich spreche explizit von Polizei. Ja, aber die Polizei ist ja der Anfang gewesen, er ist ja im Polizeigewahrsam in der Zelle verbrannt und es geht um diese Situation. Aber wir haben auch ganz aktuell beispielsweise einen, also aktuell schon ein paar Jahre her in Frankfurt, einen Fall gehabt, der Regie Weffelsieb, sehr bekannt, ging zwei Jahre lang und dieser Fall ist durch die gesamten Medien gegangen und zwar auch aus einem Grund, es war ein Ingenieur, es war ein schwarzer Ingenieur, der in eine Ticketkontrolle gekommen ist, die nicht glimpflich abgelaufen ist, dann kam die Polizei, die Polizei führte ihn ab und er wurde zusammengeschlagen. Und es hat zwei Jahre gedauert, diese Verhandlung, ich war auch im Gerichtssaal, ich habe berichtet und am Ende wurde der Polizist verurteilt, nach zwei Jahren. Ich könnte Ihnen jetzt noch eine weitere Liste geben, also es ist, rassistische Polizeikontrollen oder rassistisch motivierte Polizeikontrollen sind ein großes Thema. Es gibt sogar ein Stichwort dafür, dass auch hier in Deutschland seit ein paar Jahren sich etabliert hat, Racial Profiling. Also sozusagen die verdachtsunabhängigen Kontrollen, die ja per Paragraf auch in einem gewissen Rahmen erlaubt sind, führen zu Bildern, die wir auch gesehen haben. Menschen werden angehalten und werden nach ihren Ausweisen gefragt. Das ist in Anführungszeichen erlaubt. Die Frage ist, was ist verdachtsunabhängig? Ich könnte Ihnen zig schwarze Menschen nennen, die durch zig Kontrollen gegangen sind. Junge, schwarze Männer, die nicht wissen, warum sie kontrolliert wurden. Es gibt Strategien, die dann entwickelt werden, auch im Sinne des Empowerments wie die Kinder. Die Jugendlichen werden gebrieft. Was hast du zu sagen? Was kannst du den Polizisten fragen? Was sind deine Rechte? Und auch hier, mir geht es wiederum, nicht darum zu sagen, alle. Es ist ein strukturelles Problem. Es gibt Paragrafen, es gibt Möglichkeiten. Und in jeder Institution gibt es Menschen, die auch Rassismus verinnerlicht haben unter Umständen. Ich meine, die Geschichte Ihres Vaters aus 2009 ist eine Geschichte, die genau in dieses Muster passt. Ja. Was ist da passiert? Aber um das, bevor ich die Geschichte kurz mal erzählen will, glaube ich, also ich will nicht die Polizisten alle in Schutz nehmen, aber ich bin zum Beispiel, gerade weil wir vorhin über das Beispiel gesprochen haben, wenn ich kontrolliert werde und nach meinem Ausweis gefragt werde, sind sie oft erst unfreundlich. Wenn sie dann zurückkommen und meinen Ausweis geprüft haben, auf einmal sind sie superfreundlich. Ich generell bin immer überfreundlich, wenn ich mit Polizisten, wenn ich in Boutiquen bin, weil ich auch ein bisschen, weil ich der Überzeugung bin, dass man, wenn man was verändern will, auch vor allem mittel- bis langfristig, muss man auch versuchen, mit gutem Beispiel vorauszugehen, weil umso mehr positive Erfahrungen auch Polizisten haben mit Menschen, vielleicht mit Migrationshintergrund, ich glaube, nur dann kannst du auch wirklich was verändern, weil Rassismus hat auch oft was mit Verurteilen zu tun, glaube ich. Und ich kenne auch ganz, ganz viele Fälle, gerade in Berlin, wo ich ja wohne, da gibt es auch Menschen, sage ich mal, die sich nicht optimal verhalten, wenn sie in eine Polizeikontrolle kommen. Und dass dann auch Verhaltensschemen auf Seite der Polizei sich zwischenzeitlich verändern, ist auch verständlich. Also es gibt auch da nicht nur schwarz oder weiß, das will ich dazu sagen. Es gibt unglaublich viele Facetten und viele Ebenen. Ich habe das vor vielen Jahren mal in der S-Bahn gelernt, dass Rassismus wirklich querbeet überall, auf allen Ebenen funktioniert und ehrlich gesagt dann auch keine Farbe mehr kennt. Da saßen drei junge Frauen mit offensichtlich migrantischem Hintergrund und hereinkamen zwei Schwarze, zwei Afrikaner und setzten sich hin. Und dann steht eines dieser Mädchen auf mit den Worten, hier stinkt's. Es war vollkommen klar, wer gemeint ist. Darf ich dazu was sagen? Ja. Ich nenne das immer sogenanntes Minderheitenranking. Minderheitenranking. Ja, das ist so ein Begriff. Hat viel damit zu tun, wenn man in einer Gesellschaft groß wird, jetzt sind wir in Deutschland, wo sozusagen die Erfahrung gemacht wird, dass nicht deutsch sein, nicht weiß sein sozusagen irgendwie ein Stigma, eine andere Erfahrung mit sich bringt, ist man vielleicht froh, in einer bestimmten Gruppe nicht zu sein. Also es gibt immer vielleicht noch eine schlechtere Gruppe. Wir hatten es gerade von den Gastarbeiter der Generation, da gab es dann auch Rankings, welches waren die besseren, welche die schlechteren. Und das hat sich internalisiert in den Communities. Und deswegen natürlich gibt es rassistische Rankings. Da fällt mir gerade etwas total Interessantes ein, was Sie gesagt haben, irgendwo mal in einem Gespräch. Und zwar kommt man nie drauf in Verbindung mit der deutschen Wiedervereinigung. Die Sorge damals in der türkischen Community, was war das? Gut, wenn ich... Schließt genau da an. Sehr humorvoll wurde das ja in dem französischen Film Monsieur Claude und seine Tochter vorbereitet. Wo drei Töchter jeweils einen Migranten oder einen Menschen mit Migrationsgeschichte zum Ehemann haben, den Araber, den Israeli, den Juden und den Chinesen, bis der Schwarze hinzukommt, die sich untereinander eh immer gezofft haben, bis der Schwarze hinzukommt und die sich zusammentun und dann gegen den Schwarzen verbünden. Also humorvoll, aber das beschreibt es ja genau. Ja, mein Vater sagte damals zu Zeiten der Wiedervereinigung, wie ganz, ganz viele andere türkische Familien in der Zeit auch, ja, also, ich sag's mal so, die Türken konnten sich über die Wiedervereinigung nicht wirklich freuen, die Generation meines Vaters, mit dem Argument, jetzt werden wir vom Bürger zweiter Klasse zum Bürger dritter Klasse. Verrückt. So, aber das war, das war wirklich die Empfindung damals, bei ganz, ganz vielen Gastarbeitern halt überwiegend Türken. Ich hab das gelesen und konnte das irgendwie nicht glauben, aber das hat natürlich eine seltsame, aber es hat eine Logik natürlich. Und interessant ist ja dann auch, dass es in Ostdeutschland ja auch eine Migrationsgeschichte gibt. Das heißt, als die Vereinigung war, waren sozusagen zwei, nicht nur zwei Systeme, die sich vereint haben, sondern innerhalb dieser zwei Systeme auch Menschen mit unterschiedlichen Migrationsgeschichten. Das ist auch etwas, was oft nicht erzählt wird. Das ist alles wichtig, um die deutsche Erzählung zu verstehen. Nur ein kurzer Satz zu diesem Polizei-Bashing. Alleine das Bemühen, ein gutes Vorbild zu sein, ist so ähnlich zu dem Video, was wir gesehen haben. Weil auch die Jugendlichen werden dazu erzogen. Natürlich gibt es überall welche, die nicht in Ordnung sind. Aber das hat ja nichts mit der Herkunft zu tun. Das hat ja mit meiner Sozialisierung zu tun. Bin ich in Armut aufgewachsen? Aber da ist ja der Punkt. Leider sind 80% mit Migrationshintergrund in Armut. Genau, und da entsteht dann auch das Narrativ und das Klischee. Aber das sind ja auch weiße Menschen darunter. Also wenn wir in bestimmte Ballungszentren gehen, dann gucken wir uns die Leute doch an, die sozusagen in ärmeren Verhältnissen aufwachsen. Und was macht das mit der Sozialisierung? Und was ist dann ein Bild, was man von diesen Jugendlichen hat? Und dann müssen wir über Kriminelle, also die Bilder, die Profilings von Polizei sprechen. Die sind zum Beispiel auch, wie lernen Polizisten, also ich habe viel mit Polizisten gesprochen, viele Interviews geführt, über dieses sogenannte Profiling. Es gibt viele tolle Polizeiwissenschaftler, die kritische Arbeit machen. Und eben diesen schmalen Grat zwischen Profiling, weil man Tätergruppen feststellen muss. Aber wo ist die Grenze, diese nicht rassistisch zu belegen? Und wenn man dann noch Gesetze hat, die sozusagen eine Auslegungsfläche machen, also so eine Interpretationsfläche, blüht, wenn man an den falschen gerät. Dann kann es in die eine oder die andere Richtung kippen. Ich bin aber tendenziell trotzdem bei Dennis Aogo, ohne es jetzt natürlich genauer zu wissen, würde immer sagen, dass wir in Deutschland ein völlig anderes Thema haben als das, was wir da gerade aus den USA sehen. Ich hoffe, das bleibt auch so. Absolut nicht zu vergleichen mit der Geschichte, ja. Ich erlebe deutsche Polizeibeamte wirklich vollkommen anders. Dennis, die Geschichte Ihres Vaters, da waren wir stehen geblieben, 2009, was ist da passiert? Naja, mein Vater ist nach Hause gekommen, wie eigentlich jeden Tag, und wohnt auf einem Areal, wo auch ein türkisches Konsulat ist. Das heißt, Polizei steht eigentlich immer da. Karlsruhe, ne? Karlsruhe, genau. Und mein Vater ist sogar relativ gut mit den Polizisten immer. Hallo, wie geht's? Auch Fußballinteressierte, Herr Aogo, die freuen sich dann, ein bisschen Smalltalk zu halten. Aber an einem Tag waren eben andere Polizisten da, die sonst nicht da waren. Mein Vater wollte auf seinem Parkplatz vor der Tür parken. Der war besetzt und hat dann quasi dahinter geparkt. Steigt aus, wollte ins Gebäude gehen und wollte gucken, weil unten ist noch so eine Pflegestation, wollte gucken, wer auf seinem Parkplatz geparkt hat und wollte den halt darauf hinweisen, dass er gerne auf seinen Parkplatz fahren wollen würde. Und auf dem Weg zum Gebäude hat der Polizist ihn sofort angegangen und sofort in einem unglaublichen Ton, was ihm dem einfällt, da zu parken. Und mein Vater sagt, Entschuldigung, ich wohne hier und ich wollte nur kurz gucken, wer auf dem Parkplatz ist. Sie müssen sofort das Auto wegfahren. Und mein Vater, aber ich wohne doch hier. Also hat versucht, sich irgendwie mit Argumenten zu verteidigen. Der Polizist hat ihn sofort angegangen, hat ihn in diesen Polizeigriff auf die Motorhaube geschmissen und hat gesagt, warum hören Sie mir nicht zu? Ich habe ihm gesagt, Sie dürfen da nicht parken, parken Sie sofort Ihr Auto weg und dann möchte ich Ihre Personalien sehen. Mein Vater hat um Hilfe geschrien. Ich meine, ich muss mir vorstellen, damals 50-jähriger Mann, Afrikaner, stolz. Eigentlich sich auch voll integriert, sprich super deutsch, deutschen Personalausweis. Also alles so, wie es eigentlich sein sollte. Aber hat sich völlig erschrocken. Daraufhin natürlich das Auto rausgefahren. Geschichte war noch nicht zu Ende. Kommt wieder zurück, wird vom Polizisten wieder konfrontiert bezüglich seines Personalausweises. Wird wieder angegriffen, selbe Aktion, auf die Haube geschmissen. Und mein Vater wieder um Hilfe geschrien. Die Umgebung haben dann gesagt, lassen Sie den Mann in Ruhe, der wohnt doch hier. Und ja, dann hat mein Vater zum Glück meinen damaligen Manager angerufen, sofort, als die Situation sich beruhigt hat. Und der hat dann mich angerufen. Ich habe dann mit meinem Vater telefoniert unter Tränen. Also mein Vater eigentlich, habe ich, glaube ich, zweimal in meinem Leben weinen sehen oder hören und hat dann unter Tränen mir gesagt, dass sie ihn völlig ungerecht behandelt haben. Er sich irgendwie entwürdigt fühlt. Und ja, das war die Geschichte. Ich war natürlich auch völlig geschockt, habe an dem Tag, soweit ich mich erinnern kann, auch nicht trainiert. Habe versucht, da auch für meinen Vater da zu sein. Und am Ende ist es so, dass wir zum Glück, und das war auch meine Intention und auch die meines Managers, öffentlichen Druck ausgeübt haben. Das hilft ja in den meisten Fällen. Und dadurch wurden die Polizisten suspendiert. Mein Vater wurde kurz vor dem Prozess dann noch mal vom Bürgermeister eingeladen, offizielle Entschuldigung, was aber definitiv nur dem geschuldet war, dass wir öffentlich einfach Druck gemacht haben und dass ich eigentlich eine Person des öffentlichen Lebens war. Wahnsinn. Und das ist auch irgendwie ein guter Punkt, was er sagt, weil Personen des öffentlichen Lebens, eine Lobby haben, einen deutschen Pass, das ist natürlich alles eine Sicherheit. Aber nicht im Stadion, wenn du vor der falschen Kurve stehst. Wie gehen Sie damit um? Du spielst da Fußball, du musst hochkonzentriert sein, du musst echt Leistung abliefern und dann kommen die Affengeräusche vor der Tribüne. Wie geht man damit um? Ich bin ehrlich, ich hatte damit gar nicht so ein Riesenproblem. Aber Sie kennen die Situation. Ja, kenne ich. Aber die hatte ich auch nur ein, zwei Mal. Da haben wir im Osten gespielt, damals in Dresden. Aber man ist es ja gewohnt, wenn man auf den Platz geht, irgendwie Gegenwert zu bekommen. Von Schimpfwörtern, unterste Schublade ist alles dabei. Und das ist jetzt keine Riesensteigerung mehr für mich gewesen, wie das, was man eigentlich sonst auch so kennt. Und am Ende ist man auch ein Stück weit hilflos. Und auch, man fühlt sich irgendwie machtlos. Was soll man machen? Also, was für Möglichkeiten habe ich in dem Moment zu reagieren? Das verstehe ich aber. Ein Kumpel von mir, Kevin Prince-Boateng, hat dann natürlich auch einen Charakter. Dazu gehört Mut und er ist ein Mann von der Straße und ist dann einfach irgendwann mal vom Platz gegangen und hat gesagt, das mache ich nicht mehr mit. So weit war ich zu dem Zeitpunkt nicht. Und das waren auch keine Gedankengänge, weil man irgendwie sich dann doch auf das Spiel konzentriert. Wahnsinn. Ich stelle mir das wahnsinnig schwer vor, das einfach so auszublenden. Ich wäre immer in der zweiten Abteilung. Ich würde einfach gehen und auch nicht wiederkommen. Ich könnte mich da nicht konzentrieren. Ich bin da viel zu emotional.